der top g ist da willkommen in der smurf cube meine bitches the top g of jungle is here ceo of counter jungling inventor of godlike pathing du musst die kleinschreibung was für kleinschreibung was für kleinschreibung ich kaufe mir einfach die englische sprache und dann was dann digga was für hass das university man es gibt nur die player sub academy alter haben wir so eine gott like shit kommt kommt ist so shit i will go flip was das ich muss ap jungle spielen der top g des jungles ist hier da macht man keinen spaß und ist ein master user den wir jetzt erst mal ob ich scheiße ich sehe so wenig mit der brille muss man gucken wo das spot ist der top g des jungles findet ihn einfach instant weil solche wissen warum ich diesen spot instant finde das ist wie mit frauen ich weiß wo der g-punkt ist und ich weiß auch wo der punkt des jungles ist dass ich beide camps locker machen kann wenn ich einmal mein kontostand zeige die brille ist over digga ich sehe nichts mit der brille scheiße oh shit yo i give a fuck das ist fein deine stillen leute so hell strahlt meine zukunft nur weil ihr keiner habt heißt das nicht dass sie gleich auf mich drauf gehen müssen nur weil ihr eifersüchtig seid heißt nicht dass sie mir das direkt zeigen müssen peinlich junge peinlich eigentlich war es meine idee mich hoch zu passen und dann dort heckmeck zu machen zu beahnen ist der top g ist da was hat er gedacht was er da macht was er gedacht wer ist okay naja wir machen zwei camp space und mutter sollte ich sagen jetzt denken schon einige ich schreibe jetzt ne damit sie mit mir reden ich schreibe jetzt damit er mich beachtet ich schon jetzt der players habe academy um endlich mal etwas aus meinem leben zu machen anstatt die ganze zeit liegt zu spielen um meine teammate zu flamen aber leute ihr tut das nicht für mich und das ist das was ihr normalen bürger nicht versteht ihr kommt nicht in die players academy rein damit ich daran verdiene ihr kommt dort rein um etwas an eurem leben zu ändern ihr kommt dort rein um zu sagen die zeit in league soll sich gelohnt haben es soll sich gelohnt haben dass ich seit einem jahr league spiele seit zwei seit drei und nicht noch in irgendeinem piss elo bin die irgendjemand einfach ausspucken kann wenn jemanden boosten möchte investiert in euer leben macht etwas draus so wie helfen die boys da unten mal diddly duddly my bitches diddly duddly der top g ist hier digga verpiss dich junge hätte er mal in die players academy investiert und etwas über jungle tracking und warding gelernt er hat er hat er hat einfach seine lebenszeit verschwendet seine lebenszeit verschwendet damit er 24 hier raus geht und leute vergesst eins nicht ich bin washed up spieler wie oft spiele ich ich habe diese season nicht mehr als 40 games gemacht wenn so kommt findet in mein gameplay nutzt pro welt und kämpft zu klären er wird nie wieder davon recover er wird sich nie wieder trauen auf die straße raus zu gehen und über irgendetwas zu sagen direkt mit das geld ist schon keine fragen einfach media ist ich muss nur kurz warten bis ich die investitionen und sagt media ist digga ich bin confident in mein play in deren gold einkommen pisse ich leute du fort take my top jungle du sprichst nur mit mir wenn ich dich direkt anspreche das denkt der welsmann warum redet er mit mir habe ich hier angesprochen es wird auch noch frech jetzt wird auch noch rassistisch der leute erst rassistisch mir gegenüber ihr wisst genau was das bedeutet ihr wisst genau was das bedeutet türk warmer hathen türk warmer türk warmer türk warmer aaaaaaaaaaaaaaaah ah ah ist ein kind zu machen 19 stacks majas ich habe investiert leute bei drei oder vier dark steel stacks habe ich gekauft majas leute investiert jetzt in majas aktien Jetzt gehe ich da wieder hin. Ich positioniere mich. Ich weiß genau, wenn er hier stattfindet, Leute. Ich werde da sein, vorbereitet und zuschlagen. Oh, ich bin jetzt tot. Könnte auch sein. Oh, shit. Er geht rein. Der Top-G. Ey, yo. Tower-Million. Oh, ich bin Legendary. Ha, krass. Ich werde nicht sagen, Leute. Ihr bemerkt halt, dass alles, was ich sage, geht auf. Ich investiere und ich kassiere. Boah, es dauert. Alter, meine Fresse. Es dauert aber wirklich. 3.000 Jahre später. Ein 40 Knächte. Easy-Clap. Kein Problem. Einfach hingegangen, weggeballert. Was meinst du mit, was ich für ein Team habe, Leute? Die haben alle investiert in die PlayerSupp Academy. Die wissen genau. Die haben die Map gelesen, bevor die Map überhaupt erst entstanden ist. Sie haben Mathematik gemacht, bevor überhaupt jemand wusste, was eins ist. Die Kanten, Spongeboss, wahre Identität, bevor jeder gesagt hat, es ist San Diego, Leute. Der Unterschied zwischen normalen Menschen und euch. Guck mal. Ich investiere jetzt nicht in mehr Damage. Meiner Firma geht es bereits gut. Jetzt müssen wir halten. Jetzt müssen wir chillen. Deswegen Stundenglas. Damit ich in der Zeit stehen bleibe, währenddessen meine Investments immer mehr wert werden. Wir gehen mit. Wie Aram. Top-G hat gesprochen. Sie denkt, sie kann warden. Digga, Ehre genimmt. Vision genimmt. Nimm zwei. Er wurde gerade erfunden. Es wurde gesehen. Es wurde gefunden. Es wurde geholfen. 10-0-10-Stats. Klairsup Academy. Only for top-G's. Dieses Game hier. Sollt ihr euch genug gezeigt haben. Über die Macht. Des Denkens. Des Vorausplans. Des Vorausplans. Des Investiert. Ihr müsst nicht härter arbeiten. Ihr müsst schlauer arbeiten. Und deswegen, Leute. Kleiner Werbeklipf hier für euch. Du möchtest also besser in League of Legends werden und deine Wunsch-Elo erreichen? Dann ist die Hub Academy genau das Richtige für dich. Wir bieten dir aufwendig produzierte Videokurse, jede Woche neue Inhalte und jetzt auch regelmäßige Updates für bestehende Kurse. Dabei decken wir mit unseren Inhalten sowohl rollenspezifische Themen als auch allgemeine Bereiche ab. Nach vielen der Kurse haben wir Fragen vorbereitet, damit du das Gelernte festigen kannst. Außerdem exklusiv für Mitglieder die Champions des Patches mit Tipps und situationsabhängigen Item Builds. Mit diesen Inhalten baust du in deinem Tempo immer mehr Wissen auf und bist auf dem besten Weg, deine Wunsch-Elo zu erreichen. Und wenn dir das noch nicht reicht, bekommst du on top noch einen Rabattcode für Coachings. Worauf wartest du noch? Starte durch und schreib dich in unserer Hub Academy ein.